Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video rede ich kurz einmal über ein anderes Thema. Und zwar, wenn ihr mich als Creator ein bisschen unterstützen wollt in dem, was ich gerade mache, so dass bessere und mehr Videos für euch rauskommen, dann könnt ihr mir auf Patreon folgen. Wenn ihr auf Patreon geht und mich unterstützen wollt, dann bekommt ihr dafür mehr Geisterlives, das ist einmal das Erste, dann mehr Geistervideos, noch frühzeitigen Zugang zu den YouTube-Videos, dann gibt es dort auch noch Behind-the-Scenes-Content, Real-Talk-Content, Abstimmungen und den Community-Chat, wo wir miteinander reden können. Also da haben wir ein komplettes, volles Paket, was da auf dieser Plattform ist. Wenn es euch interessiert und ihr mich unterstützen wollt als Creator, dann könnt ihr da gerne drauf schauen und dann schauen wir mal, wie die Reise dorthin auf jeden Fall aussieht. Also, wenn du mich als Creator unterstützen möchtest, dann komm auf Patreon und schau dir das Ganze mal an. Auf jeden Fall, es würde mich extrem freuen. Schau mal vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist dann ein Link, da könnt ihr dann draufklicken. Schaut auch mal vorbei. Und ja, dann sehe ich euch auf der anderen Seite. Dankeschön für die Unterstützung. Bis dann. Ciao, ciao.